Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte Egon Thüringen. Wir erden aktuell Feld 12. Versuche Felder 60 zu kalken und erden noch Gerste auf Feld Nr. 49. Schauen wir, dass wir die noch fertig kriegen, die Felder. Theoretisch müsste ein Abfahrer, der funktioniert jetzt wieder los. Jetzt merkt er, dass ich den Job weggekommen habe. Der Karl-Steuer fährt. Ja, dann macht er auf, das sieht gut aus. Dann macht er voll, wie es aussieht. Dann muss ich mal ganz kurz verschwinden, beobachten, ob der andere macht, ob der den anderen leer macht. Mein Feld Nr. 2 ist ja nicht ganz so groß. Ja. Also mit Abfahrer haben wir nur Ärger. Das sag ich dir. Dann mach gleich den Job mit dir. Ach. Natürlich Panic, Panic Der nächste Mal auf dem Pferd So, erstpunkt nicht aktuell Ernten Das ist das Problem beim Ja, man könnte Pfeilbetrug entfernen Aber das war jetzt nicht mehr Der nächste Mal an der Erdbeerle So Idealerweise nicht eine Frucht Und der ist nicht am Teich Darf das gut so Das ist mit Gras Gas geben Oh, geht's doch gar nicht Also fährt er jetzt mit dem vollen zurück Also ich glaube ich lasse mal stehen Das irgendwie hat er noch nicht ganz hin Ich hätte eben erst Teoretisch erst kalken müssen Gut Den lassen So, gleich wieder voll So, ich habe ihn hier auch noch gedrückt Wir sind weiter nicht auf die Uhr Am Baum vorbei Ich habe es nicht so gesehen Na gut Lass ich mal fahren Einmal fahren die auch einen Scheiß daher Ja Ja Mach Feierabend, wa? Floss war heute Ganz so voll Geht's bergauf Das ist typisch Wo das Laden werden Ich bin da auch schon fast voll Also dann klappt das wahrscheinlich nicht Irgendwie Lass mal mal Ratschutur drin sein Dann klappt er Oh, oh Ne, war ich nicht mal eilig heute hier Ja Ja, das wird mit zwei Fahrzeugen nicht Das wird mit zwei Fahrzeugen nicht Das ist natürlich Das machen wir jetzt anders Machen wir Platz Dann werden wir gleich den zweiten Kurs neu berechnen Na, dann kommen wir nicht mehr bei Entlassen Kurs löschen Ein Fahrzeug Mir bin so blöd Zwei Fahrzeugen Das ist besser Wegen der Wenderei Gut Abfall Einstellen Aufverkehrter Modus Ja, das ist eh das Verkehr der Fahrzeug Wird da der Laternverein gestellt Ich war's Gibt's doch gar nicht Ah, nee Wir müssen den nur entsprechend umbauen So Entlassen Geben wir noch den zweiten Punkt rüber Und zwar Müsst ihr unten wieder anfallen Können wir gleich leer machen Junge, Junge, das ist ja richtig stressig hier Da ist ja früher ein Zockerschlecken Ein Hänger voll machen gleich fast Man kann ja eine Runde fahren Entschuldigung Entschuldigung Angebrochen sehen, dass wir gleich schnell noch den Feld Die Ernte heute kriegen, fertig kriegen Beziehungsweise zur nächsten Folge Da wir da entsprechend normal mit Helfer arbeiten müssen Das nächste macht Probleme Die Ernte macht Der unten der eine hier Und da sieht das aus Beziehungsweise ja das aus Wir müssen mich also genau Vorne anfangen Beide haben sie die Runde geschafft Die erste Meine schön Meine schön Fichten Die Pflanz haben auch noch welche Und die werde ich ja nicht mehr Verlangen können Oder wird die Karte nicht fertig Kann auch sein So Dann gleich vorne die erste Ecke Wieder anfangen Hier haben wir dann Gras Normalerweise nicht Also Irgendwo hier soll wieder anfangen Und zwar Den hier Von diesem Kurs Oh hier ist wir Ende Blöd gelogen Dann müssen wir vorne anfangen Oh je Dann haben wir was verkehrgedacht Wieder hochfahren Wieder hochfahren Wollen wir die andere Anstrengungen nehmen Oh das können wir gleich gleich mitnehmen Vorne Die Füttel nicht Hier landet nicht Blocking, Blocking, das liebe ich so die Wörter. Das waren die Wörter vom Rechner. 8,5 Obilas, ich glaube ich gerade 17% für den OVF, läuft ja auch, zeig ich mich auch mit, damit ich jetzt sehen kann was los ist, naja das ist halt so, ne. Wir haben alles noch im Griff, die haben noch Zeit, die haben auch nicht im Nacken, machen gleich das Stück hier, wenn wir fertig, bis die noch fehlt. Schlimmer wäre, wenn jetzt theoretisch noch Regen kommen würde oder so, das wäre ganz schlecht, das sieht dann auch mal gut aus. Für die Ernte ist das gut, für die Aussaat ist das schlecht. So, jetzt geht der Spaß von vorn aus. Das heißt da, wo wir hinwollen, steht da, ist der andere. Hier beginnen wir normalerweise, lohnt sich aber gar nicht. oder? Da spinnt er doch sowieso. Ah, aus die Richtung kriegen hier. Geht dann gleich im Wege. Dann stellen wir gleich hier vorne hin. Oder wenn ein klarkommt. Dann machen wir erst aktivieren. Ups, keine Richtung. Hier ist die Arbeit. So, der Krucke war nicht. Gut, das scheint jetzt zu funktionieren. Ist auch so. Vielleicht gucken wir, was er macht. Nur Ärger mit dem Kursgefahr. Ja, ich drehe auch gleich durch. Gibt's doch gar nicht. Nee, ist's. Für die Saat alles grün schön, aber für die Ernte klappt das aktuell überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo er hin will. Also. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung bleibt. Beschzeige. Ja, ich schau dir. Ja, ich schau dir. Das ist auch, was mir für mich wärmt. Ja. Ah. naja, war der ja mal nicht normal das kommt man nicht mehr an also wenn man das selber abfährt, dann geht das einigermaßen wie voll ist der jetzt? die erste 40% so noch nachgearbeitet werden ja später ach, in den kleinen Flächen machen wir nichts hier nach waren wir sind auch wieder geworden hier die Bänke sind gefährlich schlafen legen vor der wieder irgendwo ein Fruchteil fährt gleich leer machen dass wir hier ohne Verwand gearbeitet haben so, dann immer leer machen da können wir da mal hinstellen, das ist keine Gefahr immer keine irgendwas ist immer aber zum Glück ich hab gerade gelobt zum Glück fährt er nicht mit dem Haufen aber das war nichts mit zum Glück also den fahrt auch lieber selber ab das ist besser in dem auch weg da läuft nicht so, wie laufen soll normalerweise also das ist einiges liebe Zuschauer die heutige Folge ist noch zu Ende sein mal schüße, winken, winken schau zau soweit mich freuen, wenn man ein like oder ein abo je nachdem auch ein danke dafür danke schön dafür sein ja mal schüße, wie winken, normal bis ich hoffe, dass ich mich mal wieder schau Bis zum nächsten Mal.